moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und willkommen zu einem neuen let's play von gta 4 mit dem mark 88 11 14 21 ja ist ein psn von mir echt cooler typiger und mit dem celle ich heute ein bisschen gta 4 und ihr seht schon ich bin die frau typisch youtube gamescom und ja jetzt haben wir schon die bullen am start jetzt ist ein bisschen gefährlich leute aber ich denke mal mein psn freund macht 88 11 24 21 ich nenne jetzt einfach mal markt hat alle so nach und rolle die bullen natürlich nichtiger jetzt muss man aufpassen sollte ich bin nur mit der neuen millimeter ausgestattet mit der also der clock 17 als sie glaube ich wo man der ganze wenig schaden verursachen aber ich glaube du hast du hast auch nur eine kleine ups sorry ok warte mal scheiße digger ah nein oh nee shotgun 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 miss ich hab's was gern digger die bullen alle die bullen die sind gefährlich wurde dann müssen sie aufpassen oder mark hat es auch erwischt als wohl ich mir erst mal die sniper da bin ich schon mal gut gerüstet für den krieg so wenn wir schon mal das erste mordopfer die rivalen hier abknallen so bis ich treffe nix wo einfach mal ins leere schießen irgendwas weil ich schon treffen so bleibt steht steht ja erwischt alle mit der sniper kriegst du was jeden blatt ja so gucken wir mal wieder wo mein psn von markt herumschild alle haben eine karre organisiert doch steigen wir gleich mal ein so ich komme nicht rein digger jetzt und sind jetzt okay die wollen müssen immer schön abknallen nein ja dann stumm gewehr scheiße da hilft nur einstiger ich musste aussteigen sonst habe ich da keine überleben chance ah misst ich wollte den grad abknallen meine fresse das gibt es auch gar nicht da war das brezel 200 hat mich abgeknallt so ist müssen wir mal aber schnell unser waffe hier auf den brezel entladen so da ist wieder der mark so ob sich will ich gar nicht anvisieren weil ich an wie sie die sie sich trotzdem an die fliege spiel ja haha jetzt haben wir jetzt haben wir ein zombie abgeknallt selbst der zombie ist nicht unbesiegbar so hey digger wollen wir mal in ein fahrzeug rein hier post doch schöne farbe also ich finde ich habe die ist echt geil jetzt muss ich nur noch einsteigen hier so jetzt fahren wir einmal durch ich weiß ja schon wieder aus dies mag ist echt ein cooler typiger und ja auch auf jeden fall rein digger wenn du das video siehst jetzt hoffe ich nicht dass wir typisch youtube games kommen leute ich bin echt ich bin echt ein ein new ich spiele heute auf meinem zweiten account der junge zocker so aber ich glaube da passiert nichts achten ist lieber mark wir müssen uns ein fahrzeug besorgen das ist auf jeden fall mal wichtig oh scheiße sorry sorry auch mist das hätte ich was im markt abgeknallt leute leute was gibt es hier aber erst mal wissen digger nur ich habe eine muschi das geht hier ein bisschen schlecht so wenn wir uns eine karte digger kommt das macht nichts grün sieht gut aus dafür müssen wir leider töten tue ich nicht gern das gibt auch ein ich bin genauso schlecht im schießen wie in call of duty ja wir fahren jetzt mal zum dingen drei minuten 55 ja wir fahren jetzt mal zum dingen ja oder ob die mark fährt jetzt also uns irgendwohin hatte da kein hetzelt am start aus dem konnten wir uns auch nicht unterhalten das sieht sehr geil aus das sieht sehr geil aus das sieht sehr geil aus sieger digger 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 so jetzt können wir ja mal schnell hier den boss eingangs öffnen mal gucken ob mir jemand geschrieben hat weil ich habe ja privatsphäre drin und sehe das natürlich nicht wenn mir jemand schreibt natürlich ein bisschen schwierig dann so markt geht ja geht jetzt jetzt geht ja gtoni so viele leute die mit mir als zocken wollen heute aber jetzt habe ich den mark versprochen dass ich spiele auf meinem zweiten kanal namen der junge zocker ich habe ja noch youtube games kommt aber da habe ich mal gedacht jetzt gehe ich mal wieder der junge zocker rein und das passt schon jetzt lalala ja ihr könnt auf jeden fall mal den mark 88 11 421 mal hätten ja alle meine abonnenten bitte jetzt nehmt ihr eure ps3 gibt zum mark 88 1 1 421 sein und schickt ihm eine freundesanfrage bitte macht das leute dann hat er nämlich viele freunde zum gdh4 zocken da spielt nämlich gerne gdh4 das wollte ich noch mal dazu sagen nicht dass ihr jetzt denkt hier ist ein richtiger gdh4 zocker wie ich land oder vorne ist wieder action jetzt muss ich mal die ganzen autos abknallen der rote der ist ein widerspänziger das habe ich aber immer viel schuss hier 55 schuss jetzt muss ich aufpassen was ich tue das ist der zombie das ist der zombie ganz gefährlicher zombie stirbt ihr wisst ja ich war mal eine hacker lobby diga da war was los ich hoffe das kommt heute nicht so die reiten von dem typ habe ich schon mal abgeknallt die reifen springen schon jetzt vertraue ich alles natürlich jetzt vertraue ich natürlich die fahrkünste von markt denkt er hat er schon so mark okay drei schoß noch jetzt drei schoß habe ich jetzt noch ist er tot sondern nicht okay es muss noch gucken wenn er als aussteigt dann könnte ich ihn ab hinein okay schöne musik läuft eigentlich so haben wir über den sound des motors ist auch geil guck mal hier mark und ne chic hinten dran mehr kann man eigentlich gar nicht wollen vielleicht noch eine kohle im zimmer ja das passt ich habe mal gta 4 gespielt online das habe ich aber leider nicht gefilmt da hatte ich nämlich einen billiard schläger in der hand muss man sich mal vorstellen man kann da eigentlich alles rein hacken was man so will und ja das ist halt so ja guck mal auf die aufnahme zeit ich darf leider nicht zu viel aufnehmen sonst dauert das zu lange das war's leide bis zum nächsten mal euer gamescom auf der playstation 3 ja ein motorradunfall das passiert manchmal da kann man nichts machen bis zum nächsten mal euer gamescom auf der playstation 3 und euer der junge zocker und euer mark 8 8 1 1 4 2 1 genau so ist es bis zum nächsten mal ciao